Prüfungen, dass wir das wirklich mal abkackt haben, das Ganze. Ist aber wieder die Frage, kann ich immer wieder und wieder und immer wieder die Prüfung machen? Oder gibt es da so mehrere in einem? Weil das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, weil eins haben wir schon gemacht. Aha, na schau, was müssen wir diesmal machen? Multitorn-Teufel, alles klar, dann sagen wir mal her. Du hast immer 100.000 Sachen, das ist ja Wahnsinn. Was haben wir eigentlich nicht die Karte separat gemacht haben, verstehe ich nicht. Nicht bei dem, gell? Relikte Netzwerk? Nein, Netzwerk auch nicht. Ja, da muss das Relikt sein. Ja, genau, das muss Relikt sein. Was? Weil ich das schon wieder nicht gefunden habe, oder was? Nein, geschleicht die. Ach, Gebiete. Ähm, die sind das Einzige, äh, Prüfung, äh, okay, ja, bis ich, äh, ja, und wo sind die, oder? Ja, dann soll ich einfach durchschauen, oder was? Okay, bitte. Na gut, dann schauen wir sich halt noch, weil genau die Karte haben, vielleicht haben wir ja auch Klick. Ah, links, das könnte sein, entweder links, oder das untere. Vielleicht will er mir eh wieder helfen. Das könnte vielleicht eh möglich sein. Ich werde aber diesmal nur dort umschauen. Diesmal werde ich da umschauen, vielleicht haben wir da ein besseres Klick. Ach, was ist das? Will er mir jetzt die Mission zeigen, oder was? Oder wie jetzt? Ich schau, ich schau jetzt, ich schau, hey, ist mir jetzt wurscht. Ich schau jetzt trotzdem mal ganz kurz dort vorbei, und dann werden wir da eh sehen. Vielleicht gibt es dann nochmal so einen Hinweis. Ich weiß nicht. Vielleicht einmal ein Klick. Also ihr seid das mal definitiv. Nein, 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 ich muss dann... Boah, ist Meier machen. Ich krieg den in der Natur, hallo. Wo sie Meier machen muss. Komm her, lo. Ich bin den Sprinter uhrlegernd. Der Sprinter ist geil gemacht. Das mache ich urgern. Der Sprinter zum Gegner. U13. So, na warte. Tun wir das einmal einsammeln, hätte ich gesagt. Das kann ich ja gar nicht mehr schesse. Das ist zu deppert dafür. Wollen wir wieder runter... Wow, jetzt wär wirklich fast drunter gewesen. Da sind aber auch nur die Gegner da. Hm, 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 ja servas! Na servas, grüß dich! Wollen wir mal die Leier da? Wir brauchen da acht davon. Also gibt es irgendwo einen Bereich, wo es richtig viele von denen gibt. Anscheinend. Irgendwo muss es einen Bereich geben, wo es relativ viele davon gibt. Jetzt markieren wir das mal. Damit wir da gleich mal auch wieder die Schnee-Reise haben. Einmal zwei Meter Entfernung von der nächsten. Aber jetzt verurscht. So, dann schauen wir mal. Uh, was sind wir denn da stehen? Das ist auch irgendeine Spezialfigur, gell? Das ist ja auch eine... ...legendäre Krieger-Statue. Okay. Das hat mir aber schon auch gezeigt, dass da irgendwas gefährliches da ist. Irgendwas hat mir das schon auch gezeigt. Ja, scha, 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 scha. Level 15. Okay. Scheint Defel vielleicht ja auch erst ab Level 15 da vorbeischauen? mir war es nicht mir wird es zwar eher mehr interessieren wo die bestimmten Gegner sind aber noch gut dass ich da wenigstens bin wo ich hingehen muss dass ich wenigstens irgendwas bescheid weiß könnten wir jetzt eigentlich auch da so entlang das haben wir sich auch schon alles angeschaut das wäre wenigstens super wenn der wenigstens auch sein könnte oh ja das und das und das was mich gerade so stört der will nicht einmal die aktuelle Mission markieren das ist das was mich so ein bisschen stört ich verstehe nicht warum der nicht die Mission markieren will auch wenn ich das jetzt nicht gefunden habe das Ziel ist mir eigentlich im Prinzip brunzend wurscht das war scheiß egal ob ich das Ziel tun habe oder nicht ich will auch nur wissen ok was das ist der Name von der Kreatur da war sie wenigstens ich muss vielleicht nicht bei der Spazier dabei laufen oder irgendetwas in der Richtung bei spazieren wenn ich weiß ah das ist der geht da oder der oder der oder der oder der ja keine ahnung ich hätte mal gesagt jetzt gehen wir mal den unteren Weg und dann werden wir eh sehen ich würde das gerne mal fixieren jedes mal aufs gleiche ist auch zart ohne dass wir nicht mehr und wir müssen trainieren wegen den großen wir sind ja noch nicht so stark dafür Obwohl mit welchem Level sind wir dann noch einmal hingegangen zu den großen war das war das 11 oder war das 10 das kann sich gar nicht sagen Kieber, meule, kieber! Oh, Bruch! Oh, tödlich, 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 tödlich! Mann, tödlich, tödlich! Tödlich, tödlich! Keine Kieber, tödlich, tödlich! Ah, komm, 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 komm! Ah, tödlich, tödlich! Perfekt! Hoodooooh! Komplett K.O. Biste er radiant. Jetzt kriegt uns balls eure 이야kt Merry Rafi Stehen einfach da, die Handwurzeln, die bocken mir eben nicht. Gib ihm, Alter, gib ihm, Alter. Oh, schön, schön, schön. Oh ja, oh ja, jetzt ist es soweit, Alter, jetzt ist es soweit, oder? Hätte ich gesagt gehabt. Jetzt gib ihm, Alter, noch den letzten Rest. Bevor er aufsteht. Oh, wir haben es. Bistappert. Oh, schön, schön. Bistonarisch, wir haben ihn, Alter. Leck mich am Arsch. Hätte ich mir nicht gedacht. Hätte ich mir nicht gedacht, dass wir den kriegen. Ja, dann werden wir noch ein bisschen brauchen, aber nein. Geht, geht. Was haben wir da wieder für einen Wichser? Ja, Sechser, ich bitte. Das ist ein Gehtziehen für uns. Steppen, da schaut ja den Unterschied aus zwischen Zehne und Sechse, Alter. Das war auch ein Schlag. Ein Schlag. Ein Schlag war das. Das ist ja nichts. Jetzt hätte ich mir gedacht, ob da ist noch eine Höhle, auch noch. Das würde wenigstens Sinn machen. Das würde wenigstens wirklich Sinn machen, dass wir dann dort entlang hätten müssen. Das hätte dann wirklich Sinn gemacht. Das Problem ist, dass das... Das Problem ist halt einfach, dass das uns nicht zum Ziel hinführt, wo wir wollen, sondern uns zu ein anderes Ziel hinführt. Warte kurz. Wie... Wie... Wie sahen das nochmal für welche? Wir hassen die irgendwas. Ist doch vielleicht die rechts das vielleicht sahen nochmal. Naja, normalerweise sollte es dann aber auch angezeigt werden, also wenn wir doch die Meier machen sollten. Okay, ich schaue noch ganz kurz jetzt einmal für alle Fälle. Und jetzt... Ob ich jetzt... Sofällig irgendwas richtig gemacht habe. Ja. Verstehe da nicht warum das nicht angezeigt wird. Komisch, komisch, verstehe ich nicht, wie soll ich das nicht machen kann. Aber ja, jetzt wissen wir wenigstens welche wir einmachen müssen. Und nein, die Spinnen, nicht nochmal. Nicht nochmal, Alter, na gut, ja, machen wir die andere Spinnen auch noch, was so schön ist, was so schön ist. Ja, dann machen wir halt einfach die Meier, bis zum Geldnimmer, irgendwann sehen wir eh, dass wir fertig sind, hoffe ich mal zumindest, hoffe ich mal zumindest, dass wir dann irgendwann fertig sind. Also, ein Lauf wird's ein bisschen so, ein Kussleier, ein Kuss. Ah, ja voll, ich könnte ja noch den Spezialmove ja auch noch machen, ja genau, das haben wir ja letztens auch schon beredet. Ja, das kann ich auch nicht jedes Mal. Ah, irgendwie haben wir schon zusammenkriegen, schon langsam, noch den zwanzigsten Mal. Johnny, oder wenn wir glevelt sind. Ach du, 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 du fest, stand nicht. Vielleicht verlangt er da noch mal was von uns. Oder vielleicht kann man diese Prüfung immer und immer wieder machen. Mal schauen. Vielleicht ist es ja auch jedes Mal unterschiedlich pro Statue. Kann auch möglich sein. Yay, geschafft haben wir es. Wo ist meine Belohnung? Ah, okay. Interessant, interessant. Ich kann zwar zu einem Hike...